Hallo Leute! Herzlich willkommen! Auf dem Kanal Starter Gaming und wir spielen heute aber auch wieder Minecraft Tuerion. Wir haben es ewig nicht mehr gespielt. Ich habe mir gedacht komm ich fange wieder an und spiele dieses Spiel. Das heißt Spiel von Minecraft halt. So wir machen auch einfach direkt mal Tag würde ich sagen. So ich weiß gar nicht wo ich was ich machen wollte wie was warum ich hier Samen im Inventar habe. Auf jeden Fall essen wir erstmal was. So. So. Und wie man hier sehen kann haben wir auch wieder reichlich Kartoffeln. Das ist aber wegen diese. Achso ich habe Shader drin. Ja gut. Deswegen. So. Dann ernten wir hier mal ein bisschen die Dinger. Ich würde aber raten auch mal irgendwie Musik zu haben. Äh Musik. Sound natürlich. Äh 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 äh. Sound Sound Sound. Hier. Aha. Ah. Oh ist das geiler Sound. Leute ich. Vorab. Sorry falls das mal hier ein bisschen zwischendurch ruckelt. Äh. Ist halt Minecraft ne. Was will man dazu sagen. Ansonsten muss ich gleich. Low. Ich glaube der Server hängt. Und low der Server. Hä. 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 Ich baue Melonen ab ohne die zu bekommen. Nice. Äh. Jetzt mal ehrlich. Wo sind die hin. Ah. Perfekt. Der. Der City Build Server hat schon mal wieder ein. Ist schon wieder abgeschmiert hier. Macht nix. Komme ich wieder drauf. Ja. Oder was ist mit dem City Build Server eigentlich los. bei Tverian. Abgesehen davon dass sie schon geldgeil sind. Und muss doch wenigstens dadurch dass sie geldgeil sind. Auch mal hier der Server lauf. Boah. Ich finde diesen Shader so geil. Huch. Kann ich hier rüber? Ja. Ah. Toll. Jetzt muss ich das ja alles wieder neu machen. Boah. Sollte aber alles kein Problem sein. Apropos Millionen. Ich glaube ich muss die tatsächlich auch in den Shop packen. Kann sein. Warte wir. Ich guck mal kurz. Äh. Wenn ich den Eingang hier finden würde. Da. Der ist richtig versteckt. Man muss richtig genau gucken. So. Wir gehen mal in den Shop und gucken was wir so brauchen. Ich glaube nämlich ich habe das Holz gesammelt. Ne. Erde. Oh. Ich glaube gerade Erde ist Holz. Hm. Ja weiß ich jetzt nicht. Wasser. Melon gibt's die hier? Da hinten. Warum gibt's die denn hier hinten? Ja. Tatsächlich. Alles full. Full in the house. So. Sonstige Sachen. Hier habe ich gefühlt fast alles weggemacht. Äh. Blöcke. Ja. Achso. Hier genau. Holz. Dichtenholzbretter. Da könnte ich gucken. Aber ich glaube ich habe nur Eichenholz. Ne. Eichenstamm. Könnten ja mal. Da könnte ich ein bisschen farmen gehen. In the farm world. Aber erstmal müssen wir in meinem. Lager gehen. Irgendwo hier waren eigentlich auch mal Fische. Diese Fische weiß ich aber nicht wo die sind. Also ich glaube die sind down. Beziehungsweise ich sehe die hier nicht mehr. Oder man kann die durch diesen kacken Shaler nicht sehen. Das wäre auch. Warte. Ach ne. Das sind meine Partikel. Ich dachte gerade schon. Also es könnte auch sein, dass die Fische einfach mitgemacht wurden. Wäre auf jeden Fall auch möglich. Was ist eigentlich hier mein Essen? Außer Melonen. Melonen. Nimm einfach die Melonen. 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 Sag mir jetzt nicht. Die ganze Melonen-Dings ist voll. Dann habe ich ihr Problem. Ja. Voll. 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 Und. Voll. Denn dann kann man das bearbeiten. Mhm. Gut. Melonen kommen sie einfach hier rein. Pack auch mal die Federn hier rein. Die Erde. Äh. Das auch. Mh. Die Eimer nicht. Eigentlich wollte ich mir auch. Achso. Ne. Das kann ich essen. So. Dann kommt das hier alles rein. So. Die Truhen auch. Und die Samen ebenfalls. Okay. Eigentlich wollte ich ja hier meine ganzen Sachen ein bisschen machen. Plünderung. Drei. Schärfe. Zwei. Einfach kein eins. Also das ist ja. Das ist ja. Mau. Als sehr mau. Ich guck mal kurz. Habe ich die Bücher in meinem Dings hier reingepackt. Und. Nein. Habe ich denn hier noch. Ne. Habe ich hier Rüstung drin? Ne. PC. Packen wir das hier rein. Ich habe absolut keine Ahnung wo die Bücher sind. Denk mal hier drin. Stärke. 5. Effizienz. Effizienz. Mhm. Durchschuss. Ich weiß nicht. Wo ich die Bücher reingepackt habe. Habe ich die nicht in der Welt. Muss die ja haben. Also hier ist übrigens mein Mülleimer. Könnte ich euch mal mit den Weizen jetzt zeigen. Ah. Ah jetzt. Perfekt. Lässt es weg. Ich dachte gerade schon. Warum geht es nicht durch? Sticks. Ja. Egal. Gut. Dann muss ich gucken wo ich die Bücher reingepackt habe. Auf jeden Fall. Habe ich jetzt vergessen was ich machen wollte. Ach ja. Die. Die Bäume. Genau. Ey Leute. Ich bin so ungeplant. Also sorry dafür. Ich habe ewig nicht mehr auf Tuerion geschwillen. Also keine Ahnung was ich hier machen soll. So. Deswegen gehen wir jetzt zu den Bäumen. Die ich nicht angepflanzt habe. Perfekt. Hier ist irgendwo noch Holz. Holz drin. Deswegen das nicht. Geht. Noch irgendwo Holz. Hm. Habe ich eine Schere hier drin. Das wäre natürlich noch geiler. Schere, Schere, Schere. Ne. Ah. Ich kann aber eine Schere machen. So. Schere. Dann kann ich das hier abbauen. Um zu gucken. Naja. Aber hier sind keine mehr. Jetzt habe ich umsonst zwei Eisen. Äh. Dings. Aber egal. Ich habe eh genug Eisen. Ich habe eh genug Eisen. Bauen wir hier mal die Bäume ab. Aber hier ist nichts mehr. Ja. Warum wird es schon wieder nach? Okay. Ne. Hier ist nichts. Aber hier. Genau da. Ja. Man muss immer genau achten, ob hier irgendwo was ist. weil. Jetzt gehen die Bäume nicht weg. Komm ich da hoch? Nein. Dann baue ich mich hier eben hoch. Da ist auch nochmal Holz. So. Probiert habe ich alles eingesammelt. So. Perfekt. Das ist glaube ich nur Eichenstamm. Ja. So. Fix. So. 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 Okay. Aber hier ist nichts mehr. Das heißt es geht ab. Können wir hier kurz ein bisschen nachhelfen. So. Hier ist vermutlich noch was drin. Ja. Da. Und da. So. Okay. Jetzt ist nichts mehr. Können wir hier wieder runter. Schweinchen. Ja. Könnte ich auch gleich mal ein bisschen wieder XP fahren. so. Äh. Da fichten. So. 1, 2, 3, 4. Ich habe gar nicht so viele Setzfinger. Äh. Jetzt habe ich es kaputt gehauen. Ähm. Na. Ernsthaft jetzt. Perfekt. Leute. Ich habe nur diese wenigen Finger. Ja. Okay. Hier hin. Das war leider gerade mein. Ähm. Handy. Sorry für das nervige Geräusch. Ja. Leute. Ich habe verschiedene Töne. Benachrichtigungstöne. Damit ich weiß was ist. Also bitte. Hatet mich nicht. Wegen den Kack. Tönen. Wegen dem Kackton. So. Ähm. Hier. Einen da. Ja. Die kann ich ja noch nicht machen. Eigentlich müsste ich die. Warte. Zehn Stück. Für. Zehn. So. Nee. Die Schere. Nicht zum Verkaufen. Verkauf dann auch eine Schere. Man muss. Echt. Kann man das einfach so. Man kann nicht bearbeiten. Da kann man doch nicht. Egal. Man muss. Sag ich. Den Shop entfernen. So. Habe ich dort auf jeden Fall auch mal besser gemacht. Okay. Hier sind die Gerüstungsdinger. Die nicht mehr da sind. Naja. Ja. Doch. Da ist mein Fisch. Der wurde doch nicht weggedingst. Da ist er ja. Hi. Fischi. Ja. Hi. Und da ist auch der andere. Moinsen. Moinsen. Geil. Der ist jetzt hier sogar draußen. Moin. Werner. Wie geht's dir? Moin. 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 Okay. So. Was wollte ich eigentlich erstmal mit dem Video tun? In dem nächsten Video werden wir definitiv mal in die Farbenwelt gehen und ein bisschen da erkunden, was man da so machen kann. Leute. Falls euch dieses kurze, aber feine Video gefallen hat, lasst gerne einen Like, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auch meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch bei meinem Discord-Bot vorbei, der ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wartet den gerne ein, um 24-7 Musik zu hören auf Discord. Schaut außerdem bei SNX vorbei, falls ihr einen eigenen kostenlosen Discord-Bot haben wollt. Und jetzt habt einen traumhafen Tag. Haut an euch. Euer Sato. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018